Jo Leute, was geht? Herzlich willkommen zu diesem Video und heute spielen wir nochmal eine kleine Runde Raft. Ja, das habe ich ja vor ein paar Monaten mal gebracht und habe es lange nicht mehr gespielt, aber ja, wollte es einfach nochmal spielen, weil es mir relativ viel Spaß gemacht hat. Ja, und hier sind wir auch schon wieder. Ja, das ist unsere Insicht. Ich kann mich an gar nichts mehr erinnern. Ich muss erstmal ein bisschen hier wieder reinkommen. So, ähm, da hinten ist Franz. Das haben wir hier oben. Ach ja, unsere Plantage. So. So, ähm, lecker Kartoffeln erstmal essen. So. Das ist noch nicht reif alles. Äh, so, Fisch können wir nehmen. Ähm, brauchen gleich mal wieder was zu trinken. Ich angel mal was. Damit wir noch genug auf Vorrat haben. Zack, einen schönen Fisch. Zack, kochen. Äh, drinkable water. Das haben wir dann wahrscheinlich in unserem Inventar drin. Ja. So. Einmal, zack, einen Schluck nehmen. So, für den Upport, beides ist so fast voll. Äh, so. Zack, guck. So. Die Sounds sind hier sehr laut bei mir. Ich mach die mal ein bisschen leiser. So. Jetzt hören wir quasi gar kein Wasser mehr, aber ich denke, das ist nicht schlimm. So, ultra realistisch muss es ja jetzt auch nicht sein. So, wir holen uns mal da hinten. Das Holz dran. Okay, da kommen wir nicht dran. Alles klar. Ähm. So, wir sammeln jetzt erstmal hier die Resort. Oh, ein Fass. Sehr gut. Oh, da war aber jetzt viel drin. Oh, das war dicker Lund. Ja. Das war nice. Okay. Werfen kann ich gar nicht mehr. Unsere Palme ist gewachsen. Kokosnuss haben sich da angesammelt. Alles klar. Wo ist ein Franz? Da ist Franz. Franz. Oh, Franz. Bleib fern. So. Was haben wir hier so? Okay. Ähm. Okay, hat das jetzt... Können wir die schon... Ja, die können wir schon ernten. Sehr gut. Ach, das heißt, jetzt haben wir viel zu viele Kartoffeln. Haben wir noch eine Truhe? Oder was ist ihr? Ja, hier. Oh Gott, die ist ja auch. Und ne, die ist nicht vor. So, die Potatoes tun wir da mal gerade rein. Die pflanze ich mal. Würde ich sagen. So. Franz? Okay, Franz muckt nicht auf. Hier mach ich mal 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Da brauchen wir noch mehr. So. Dann 1, 2, 3. Und 1, 2, 3. Sehr gut. Äh, wir haben jetzt überall angebaut. Okay, er hat sich wieder ein bisschen was gefangen. Ähm. Ja, Franz muckt nicht auf. Das ist sehr gut. Äh, Fisch haben wir noch. Okay, wir haben keinen Fisch mehr. Warte mal. Gerade auswerfen die Angel. Zack. Dann holen wir uns einen schönen Fisch ran. Komm. Zack. Einen Fisch auf den Tisch. Lecker, lecker, lecker. Äh, die Blätter können wir mal gerade verarbeiten. So sein. So, ja. Und Becher können wir noch machen. Nägel brauchen wir momentan eigentlich nicht. Äh, ich würde gerne noch eine Kiste machen. Äh, die brauchen wir nämlich gerade. Oh, da hast du ein dickes Fass. Das hol ich mir noch schnell. Zack. So. Franz, guten Tag. Genau, geh weg. Alles klar. So. Äh, da tröpfelt das. Ich muss immer ein bisschen auf Franz achten. Weil der kann uns sonst zum Verhängnis werden. So. Daumen hoch. Zack, zack. Na, zack, zack, zack. Speer. Ah, ich hab ja noch einen Speer. Die Kartoffeln brauchen wir momentan eigentlich nicht. So. So, ein Fisch. Und den zweiten holen wir uns auch noch. So. Gut. Äh, genau. Fisch wollte ich kochen. So, guck, guck. Jetzt wird doch langsam wieder dunkel. Das heißt, gibt's hier nicht irgendwie so Betten, dass man schlafen gehen kann? Irgendwie. Das find ich mal ganz nice. Oh, plänzig. Ähm. Was hab ich denn? Ich glaube, ich pack mal lieber die. Äh, da rein. Weiß nicht wieso, aber ich find die nice. So, und den Rest können wir noch mit Kartoffeln füllen. So, alles schön rein. Perfekt. Ach, der Sonnenuntergang. Leute. Mit der Kartoffel in der Hand. Wow. Einfach nur schön. So, wo ist der Franz? Da hinten. Alles klar. Irgendwann gibt's so richtig krasse Harpulen. So, richtig mit Maschinenpistole dann. Kann man den Franz da abballern. Ach, der Mond, Leute. Ich find die Grafik in dem Spiel echt schlecht. Also hab ich schon mal schlechtere gesehen. So. Das ist war mal gerade. Collecten die Items hier. Oh, es ist dunkel, ey. Oh, kenn ich noch schon wieder gleich. Äh, ernten. Gott, Leute, ist das dunkel. Hm. Ich glaube, ich koche mal wieder lieber Fische, damit hier ein bisschen heller ist. Gibt's nicht irgendwie Fackeln oder so? So. Gibt's nicht irgendwie Fackeln? Ist das ja nicht der Nächte? Gibt's doch. Okay. Die platzieren wir mal hier. Daumen hoch. So. Ja. Schön muckelig warm. Ja. Gefällt mir. Äh, die Wand, da will ich noch eine Wand in Bauen auf jeden Fall. Das muss ich mit einem Hammer machen. So. Äh, Wall. Genau, Wall einfach. Äh, äh, so. Nein. Was willst du? Verschwinde. Mann. Nicht cool, Franz. Also echt. Mit diese launischen Nachbarn. Krieg ich die Krise. Gibt auch nettere Nachbarn, Franz. Nur, dass das weißt. Gut, Freunde. Ich würde sagen, ich lasse das Video für heute so stehen. Ich würde mich tierisch über einen Daumen nach oben freuen. Ich würde sagen, wir sehen uns wieder im nächsten Video. Haut rein und Tschau. Bis zum nächsten Mal.